ich will nicht zwei von denen haben wir noch hier irgendwie leuchtestein oder irgendwas was mir relikte gibt war schön naja immerhin ich muss mal gleich hier aufräumen das sieht aus wie hund ja sehr schön riesen relikte ach cool das wird reichen nice jetzt bin ich mit riesen reliken gestückt na komm doch hoch jawohl es ist mit diesen riesen reliken ist schon nice hochklettern natürlich ich finde schade dass neck irgendwie nur so eine halbe ich persönlichkeit hat weil sonst würde ich mal irgendwie sowas wünschen sagt hey doc riesen relikte schau mal während er die schon an hat das sieht aus wie eine mojave wüste schnitt ich will schnitt ja ich will jetzt in Alter, was? No chance. Oh man. Warum hält der so viel aus? Alter, der ist krass. Der ist richtig krank. Oh ne. Ich kann die einfach umtreten. Kann sein, dass wir noch größer sind als sonst? Oder kommt mir das nur so vor? Ja. Ja. Ey, der ist so krank. Wenn ich mich nicht bewege, vielleicht sehen sie mich nicht. Alter. Der ist einfach zu krank. Der ist zu krank einfach. Man hat überhaupt keine Chance auszuweichen. Der zerfetzt einen nur. Ah, komm. Nein. Ah, der ist so ärgerlich, Alter. Der ist abnormal krank. Der ist so krank. Relikte. Bitte. Dringend. Ganz dringend. Wer kommt jetzt? Ich höre irgendwas. Oh ne. Nicht schon wieder. Na klar. Der hat überlebt. Was mit dem? Oh ne. Noch einer. Oh ne. Noch einer. Oh. 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 Relikte. Danke. Keine Sorge, Doktor. Wie Sie immer sagen, ich bin Ihre größte Schöpfung. Das ist doch krass, Alter. Huch, da waren Leute. Jawohl. Er zittert. Zwei von denen. Hä? Ich glaube, hier hänge ich jetzt wieder. Der sieht schon echt krass aus, der Nick. Ach ja, da war was. Ich merke schon, ich will das jetzt ganz schnell fertig kriegen. Achte darauf nicht, wie ich spiele. Ich lasse die mal leben. Alter, ein Schlag. Ein fucking Schlag. Und 75% sind weg. Och, Mann. Sieht man eigentlich unsere kleine Kugel noch her in der Brust? Hallo. Und trotzdem getroffen. Wie sie da purzeln. Oh, du Depp an KI. Ist mir klar. Hey. Hey. Der Strom ist echt krank. So, der nächste, aber dann in der nächsten Folge von Nack. Mal sehen, wie lange wir noch brauchen. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020